Guten Tag Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen sandigen Folge Outriders. Wir machen jetzt hier weiter mit der Mission Enge Bande und ja, wir müssen jetzt unsere Freunde retten, denn die wurden zum Schluss der letzten Folge gefangen genommen von dieser neuen Feindart hier. Und ja, die wollen unsere Freunde essen. Das können wir natürlich nicht zulassen. Ja, das können wir ganz und gar nicht zulassen. Das wäre natürlich nicht so gut, wenn die gegessen werden würden. Ich meine, wer möchte schon von einem Elgen aufgefordert werden? Also ich nicht. So viel kann ich schon mal sagen dazu. Ja, und man, dieses Schutzschild möchte ich auch gerne haben. Das ist ja richtig gut, was die Gegner hier gerade haben. Aber wir werden es letzten Endes schaffen, hier die Leitze zu besiegen. Auch wenn ihr jetzt starke Gegenwerke kommt. Erstmal weiter vor und in Deckung. So. Perfekt. Feuer auch noch auf die. Feinde Sache. Weiter geht's. Weiter geht's. Und nochmal bam. Jawohl. Oh, Hilfe, Hilfe. Deckung. So, es ist gut. Jetzt wieder das Feuer auf die drauf. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder weiter nach hinten. Das ist vielleicht, dass man die beste Wahl. Hier, die rennen wir ja hinterher. Und das ist richtig schnell. Pusch, haut ab. Pusch. Weg mit dir. Wieder einer weg. Den geht's weiter. Da ist noch ein Schütze. Ja, da war ein Schütze. Der ist ja nämlich weg. Weiter nach vorne los. Oh, Hilfe. Die Kompile. Lasst uns doch bitte in Ruhe. Oh, weg. Immer schön hier weg. Ach, so Schreck, der Hände kommt ein ganz starker Typ jetzt. Die sind schon so stark genug gerade. Ja, immer drauf feuern, schnell. Na los. Fall um. Hier, nehmt das. Und das auch noch. Oh, meine Munition ist fast leer. Ja, wir haben gleich noch die Hälfte von ihm weg. Das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Ich muss ihn draufhalten hier noch ein bisschen. Hier hinter. Und Feuer. Wo, 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 wo. No. Lass mich hier in Ruhe. Das ist echt hartnäckig. Ich gehe nun das. Ja, kommt schon. Er fährt auch fast um. Ja, aber wir auch. Ja. Jawohl. Los. Fall um. Ach, geschafft. Er ist umgefallen. Oh, der hat sogar was fallen gelassen für uns. Moment, was ist das denn? Ist das besser als eine aktuelle Waffe? Ja. Hahaha. Sehr, sehr viel besser. Moment. Hat das vielleicht die gleiche Art von Munition? Da müssten wir mal nachschauen. Moment. Oh ja. Es nutzt die gleiche Art von Munition. Na super. Wie machen wir das denn nun? Hm. Dann nehmen wir hier erstmal noch eine andere Waffe, denke ich. Hm, was aufhören. Na, das ist halt die Sache. Na super, aber ich kann schlecht zwei MGs nehmen. Hm. Schwierige Sache, weil sie nutzen halt beide gleiche Munitionsart. Hm. Wir testen mal das MG hier aus. Und wenn mir das spielerisch besser gefällt, werde ich das andere vielleicht dann einfach später wegpacken. Und das hier dann immer weiter verbessern. Joa, es ist nicht schlecht, sagen wir es mal so. Aber das hier ist mir jetzt schon ans Herz gewachsen mit dem Feuereffekt. Muss ich dazu sagen. Gut, dann machen wir es erstmal so. Ja. So, wir müssen auf jeden Fall durch das Tor jetzt. Was hier als nächstes. Komm. Mach das Tor auf. Ja, so ist es gut. Und hier können wir erstmal eine Fahne platzieren. Wunderbar. Weiter geht's. Oh, hier sind schon jede Menge Deckungsmöglichkeiten. Ich weiß, was passiert. Ich weiß, was passiert. Na los, komm dran. Ich sehe aber diesmal wieder ein bisschen anders aus, würde ich meinen. Ich würde mein, weniger Rüstung haben die. Los, der Scharfschüssel dort oben müsste jetzt am besten erstmal dran kommen. Das fände ich erstmal nicht verkehrt. Das fände ich erstmal nicht verkehrt. Dann los. Der kommt schnell. Äh, ja. Oder auch nicht. Warten. Warten. Perfekt. Der ist gleich weg. Tag. So, jetzt nur die Scharfschütze im größtenteils. dann haben wir dieses areal auch wieder fertig jawoll dann haben wir hier oben noch die munition mitnehmen dahin kommt wieder verstärkung bitteschön nehmt das und bäm jawoll ich frage mich ob wir bald noch mal menschlich begegnen haben oder ob es sich die ganze zeit gibt die bleiben weil hier war ja vorher noch nie ein mensch aber wir haben ja auch das tor geöffnet von daher könnte uns jemand verfolgen wow 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 das hängt jetzt ab ja ein spezieller gegner muss man dazu auch noch sagen wow 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 los fall um puh schnell weiter Einmal hier ein bisschen Feuer in den Gang, damit es schön warm wird für euch. Weiter schnell. So ist es soweit gut. Oh, es zeigt euch alle ein bisschen mehr aus euren oberen Deckungen dort. Ja, schnell wieder nach hinten ein bisschen. Ich muss sagen, ich mag gerade diesen Kampf hier in dem Dorf. Irgendwie ist es ganz cool. So, wir gehen jetzt hier hoch auf das Haus. Oh, weg hier, weg hier. Kommt doch mal ein bisschen mehr aus euren Deckungen hervor gerade. Das stört mich gerade ein bisschen. Der ist auch geschafft. Der da oben gleich auch. Jawoll. Ja, komm schon. Wo? Jawoll, nur noch einer. Endlich sind wir hier durch. Durch diesen Bereich hier. So, mal sehen, wo die jetzt endlich mal hier unsere Freunde sind. Bestimmt hier hinten in diesem großen Hauptgebäude, denke ich. Mal gucken. Wo? Was geht wieder los? Ach, das ist weg. Was kommt mit dafür einer? Hi. Äh, Rückzug erstmal, würde ich sagen. Ja, aber sowas von. Los, verschwindet von mir. Ah, die rennen mir immer weiter daher. Push. Push. Geh weg. Ach, sehr gut. Schnell weiter. So, jetzt ist der große hier dran. Und das. Und das. Und das. Und dann noch das. Und dann noch das hier. Jawoll. Das. Und dann noch das hier. jawohl so danke für deine beute ja das war noch nicht alle hier kommt noch bisschen was und dann schon wieder so ein starker gegner geht doch weg push hell up im up real na los fall doch um du nervst na los jetzt geht doch zu boden ach endlich sehr gut jetzt sind hier noch ein paar normale ja ein paar trifft sehr gut hilfe ich glaube das sind wieder mehr geworden dahin doch schnell los aus erstmal entdeckung gehen jetzt hier hinten weiter einmal das feuer hier drauf perfekt so bisschen weiter vor am besten müssten die scharf schützen als nächstes was mal weg wieder ein stück weiter vor feuer drauf sehr gut das waren jetzt wirklich alle was sind denn jetzt hier endlich unsere freunde hier vielleicht dort hinten in dem turm nein das ist zu klein dort sind die bestimmt nicht drin ja es läuft alles darauf hinaus dass sie in dem großen hauptgebäude dort hinten sind ja aber davor kommt zwei ganz starke gegner ja es ist das rote symbol da ist das ist das das ist das das ist das also ich will nicht den kampf von vorn anfangen auch noch zwei wunderschöne schwerter oder was das dinger sind die zwei großen wird erwachen auf jeden fall den eingang hier gerade wollen nicht dass wir dort reingehen in das haus das gefällt mir schon mal nein sackgasse nein ich will nicht von vorne machen ich muss von vorne fahren oder ich sehe nichts mehr ja wow ich hänge in der wand fest ja wir müssen den kampf von vorne wiederholen na großartig was soll das denn da gerade ich hänge dort irgendwie ganz komisch gerade fest Ich kam einfach nicht mehr weg von der wand super der kampf fängt von vorne an Ich bin drauf halten erst mal hier zack feuer auf beide drauf vielleicht kommen wieder meine schwertfreunde wo ist halt ab Jawohl immer weiter so Ja der eine ist vielleicht bei der hälfte Ja der eine ist bald besiegt Okay erstmal kommt jetzt noch mal unterstützung für die Die Unterstützung muss auch mal weg Auweia 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 So weiter nach hinten schnell So Oh nein weiter nach hinten schnell Jawohl der eine ist weg Jetzt kommen noch mal Freunde von denen Oh nein 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 jetzt haben wir sie alle jawohl und wir haben sogar eine neue rüstung bekommen so die neue rüstung rüsten wir direkt aus und die ist 100 pro besser als meine aktuelle ja die ist sehr sehr viel besser sehr gut handschuhe auch noch neue nehmen schuhe haben wir keine besseren aber hier noch bei hose ja nur hat die andere ja schöne bonis gut was haben wir sonst noch so ja eine neue waffe für 5000 mit 5000 schaden so habe ich direkt mal ausgerüstet ich sehe auch gerade wir müssten hier auch wieder mal die anderen büsten alle aussortieren denn hier haben wir echt viel wieder mit dabei ja ein händler wäre jetzt gerade nicht schlecht gut weiter nach vorne freunde seid bitte jetzt dort hinten mann oh mann also das sind gerade echt heftige kämpfe hier ja also die sind 100 bruder drin das bergkloster betreten ja wollen wir und jetzt retten wir unsere freunde ich will gar nicht wissen was zu trinken ist noch an gegner und so alles wir haben zu den feuergruben hallo stirb oder verdammt ich kann da ja ärgerlich 25 Leck mich da. Sanna! Fick aus, ihr Hatscherset! Fick aus, ihr Hatscherset! Auf, auf! Schöner! Oh nein! Jakob! Festhalten, Shanna! Du machst mir nichts als ärgerweise! Nein! Nein! Shanna! Bring die anderen hier raus! Los! Und jetzt zu uns, du Wichser! Ich habe es geahnt, ja? Ich habe es irgendwie geahnt, dass sowas passieren wird. Gerade, wo ich auch schon die Musik gehört habe. Da habe ich geahnt, irgendwas passiert jetzt mit Jakob oder mit Shanna. Aber ich hatte recht mit meiner Vermutung, was den Jakob betrifft. Wir werden ihn auf jeden Fall reschen. Ja, und meiner Meinung nach ist dieser Bossgegner hier schnell. Oh, er hat ein Schutzschild. Na super, jetzt kommen Freunde von ihm. Hau ab! Husch! Hilfe, ich in den Fest! Na super! Ich hänge! Nein! Na super, wow! Ich hätte gerade Heilung noch bekommen. Weil denn ein Gegner hat es gerade noch dadurch ausgeschaltet. Haa, okay. Also den Bossgegner müssen wir auf jeden Fall jetzt noch legen. So viel steht fest. Und der Chatpoint ist dann auch nicht unbedingt so der beste gewählt. Ich finde, da hätte auch ruhig dort sein können, wo direkt der Bossgegner kam. So, Videosequenz einmal überspringen. Und jetzt den besiegen. So, komm schon. Ja. Ja. Also bei dem Bossgegner am besten eigentlich immer Abstand halten. So viel merke ich auf jeden Fall schon mal hier bei dem. Weil dann extrem viel sein Schwert nutzt. Jetzt macht er wieder diese Schutzkuppel. Jetzt kommen seine Freunde. Die auch noch die nervigsten sind. Die es gibt. Ich mag ja die mit diesen Schwertern absolut gar nicht. Das sind ja wirklich so mit die Gegner, die ich am wenigsten mag. Die mit dem Nahkampf. Aber nun gut, ich kann auch verstehen, warum der Checkpoint auch so gesetzt ist, dass man da, wenn er noch mal draußen ist. Weil, falls man halt zu schwach hierfür ist oder so, dass man halt dann vielleicht noch was ändert oder so an seiner Ausrüstung. Von daher verstehen kann ich schon den Checkpoint an sich. Ja. Ich glaube bei dem Bossgegner werden wir gleich mal die Weltenstufe etwas runter setzen. Am liebsten würde ich das gerade im Kampf machen. Aber ja, das klappt nicht so ganz. Das klappt wirklich nicht so ganz. Gut, dann jetzt hier einmal kurz die Weltenstufe ein klein wenig runter setzen würde ich sagen. Ja, oder wir machen die direkt mal ganz runter, ganz kurz für den einen Kampf hier. Dann kriegen wir halt schlecht auch einen Loot dadurch. Aber mich interessiert halt gerade mehr, wie das jetzt für die Story weitergeht. Als hier wieder Bossgegner. Klar, dann bekomme ich jetzt beispielsweise nicht so guten Loot. Aber ich bin gerade eigentlich recht gefrieden damit. Gut, da wollen wir mal. Komm her mein Großer. Komm her und nimm das. So, komm schon. Uhu, ich würde gerne auch wieder meine Attacke einsetzen bei dir. Na, perfekt. So. So. Hat er sich jetzt gerade selber hier vergraben oder den Stein? Das sah gerade echt so aus. Outrider, wir haben es zum Konvoi geschafft. Wir warten auf dich. Okay, wir müssen nur noch zum Lager zurückkehren. Gut, das tun wir auf jeden Fall. Aber erstmal stellen wir die Stufe wieder um. So. Zack. Und jetzt ab zurück. Und was ist mit Jakub? Hm, ich frag mich, ob er jetzt vielleicht noch seinen Körper oder so ist. Ich versuche, um ihn zu beartigen oder so. Äh, okay. Tun wir hier schon. Ich dachte, die alte Kakerlake überlebt alles. Mama sagte immer, er wäre der letzte lebende Outrider auf Enoch. Selbst die Karabell Katastrophe hat er überlebt damals auf der Erde. Typisch. Warum? Warum er? Ja. Was war sein Schutzzauber? Ich hab gedacht, es wäre, weil er sich nen Scheiß kümmerte. Und das beschützte ihn. Naja. Ich denke, am Ende kümmerte es ihn wohl doch mehr als gedacht. Nun gut. Glaubt man das? Der Räderstuhl des alten Mannes ist doch, äh, ganz praktisch. Guck. Guck. Je weiter wir kommen, desto schlimmer wird's. Wenn niemand umkehren will, dann jetzt. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ich finde das Signal. Du wirst nen Fahrer brauchen. Okay, Mission abgeschlossen. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. Was ist das? Interessant. Okay, interessant. Wir haben hier noch nen Nebenquest. Gut. Die machen wir. Aber ich denke, wenn dann eher erst in der nächsten Folge. Hier machen wir dann jetzt erstmal Schluss. Schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, um das Projekt zu unterstützen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.